Shoppen bis die Schwarte kracht. Keine App wird in Deutschland zur Zeit so oft runtergeladen wie die von Temu. Und in den USA und in über 40 anderen Ländern ist es genauso. Rollt Temu jetzt den Weltmarkt auf, wird das der neue globale E-Commerce-Gigant und sollte man darum jetzt möglichst schnell noch die Aktie kaufen. Herzlich Willkommen. Ganz kurz noch ein sehr wichtiger Hinweis für Sie. Sie haben jetzt noch für kurze Zeit die Chance, diesen Kanal hier zu abonnieren. Drücken Sie dabei unbedingt auf die Glocke, weil Sie sonst nämlich Videos von mir verpassen werden. Und das können Sie sich aber nicht leisten. Das hier ist der Kanal, der Sie reich machen wird. Das ist der Kanal, der Sie glücklich machen wird. Dieser Kanal wird Ihr Leben verändern. Zum Abo geht es hier unten. Fanden Sie das jetzt vielleicht ein bisschen billig? War es vermutlich auch. Aber das ist heute auch genau unser Thema. Billig. Deutschland ist im Kaufrausch, denn jetzt gibt es Temu, die Shopping-Plattform auf China. Und da gibt es alles und zwar billig. Und alle sind aus dem Häuschen. Sie brauchen nur mal hier auf YouTube sich ein bisschen umschauen. Best of Temu, meine liebsten Produkte. Mein erster Temu-Einkauf. Ich bin leicht eskaliert. XXL Shopping-Hall bei Temu. Sparen bis zu 90%. Und auch die Schumsmaus sagt Temu richtig geil. Bekannt geworden ist Temu durch die Verbraucherzentralen hier und durch die Umweltschutzorganisationen. Die haben immer wieder eindringlich gewarnt und haben gesagt, wie gefährlich das ist und wie unseriös und garantiert auch nicht nachhaltig, wenn das alles so billig ist. Und die Botschaft ist angekommen bei den Verbrauchern. Die haben dann nämlich irgendwann mal gesagt, oh, das hört sich aber so richtig gut an. Und außerdem pflastert Temu natürlich auch das Internet mit Werbung zu. Es gibt da alles Mögliche. Herrenturnschuhe für 5,24 Euro. Ein Dampfbügeleisen für 19,34 Euro. Oder für Romantiker 1000 falsche Rosenblätter für 1,60 Euro. Und dazu passend der Verlobungsring für 89 Cent und das Hochzeitskleid für 38,94 Euro. Es gibt aber auch ganz normale Sachen für den täglichen Bedarf. Eine Survival-Kettensäge, ein Satz-Chirurgie-Instrumente mit Hautattrappen, Einwegskalpelle, Hämostase-Zangen und nicht zu vergessen, ein zeitlos schöner 3D-Biocookhut für 4,87 Euro. Und natürlich Klamotten und auch Elektronik ohne Ende. Das ist Temu. Temu ist wie gesagt aus China. Der Mutterkonzern heißt Pindodow. Oder kürzer inzwischen PDD-Holdings und ist börsennotiert an der Nasdaq. Und Pindodow war erstmal hauptsächlich auch in China aktiv. Dann hat man Temu gegründet und ist erst damit in die USA gegangen. Aber auch erst ab September 2022. Auch da kaufen die Leute inzwischen wie verrückt. Und inzwischen sind sie aber in 48 Ländern aktiv. Und das hier ist die Aktie die letzten 5 Jahre. Der Chart ist von TradingView 2020 der große Corona-Boom. 2021 dann der Absturz wie bei vielen China-Aktien. Das Erstaunliche ist aber, wie es ab 2022 dann wieder hochgegangen ist. Es ist vor allem dann erstaunlich, wenn man weiß, wie es in der gleichen Zeit dem übrigen chinesischen Aktienmarkt erwischt hat. Hier zum Beispiel der Hang Seng China Enterprises Index auch auf 5 Jahre. Der ist ja von seinem Hoch 2021 inzwischen um 56% eingebrochen. Und sie wissen aber wahrscheinlich auch, wie es anderen chinesischen E-Commerce-Aktien gegangen ist. So Größen wie Alibaba oder wie JD.com. Das ist ja auch ein Trauerspiel. Und darum ist es ja auch erstaunlich, dass es bei PDD derart gut gelaufen ist. Was machen die anders? Was machen die besser? Pindodow gibt es erst seit 2015. Und sie waren hauptsächlich ein Portal für so Gruppenrabattaktionen. Je mehr Leute kaufen, desto billiger wird es. Also gar nicht so viel anders wie Let's Buy It.com, die es bei uns ja mal gegeben hat. Und daran sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man Investoren hat, die auch harte Zeiten mal durchhalten können. Die einen haben diese Investoren nicht und die verhungern dann und die anderen haben sie aber und werden am Ende riesengroß. Sie haben natürlich auch mehr Möglichkeiten heute. Also sie machen zum Beispiel so Sachen, dass sie Kunden in Chatgruppen zusammenschließen und dass sie diese Gruppen dann zum Teil auch direkt mit den Verkäufern verlinken und lauter so Sachen. Aber das Wichtigste ist denen eben, sie wollen die günstigsten sein. Immer. Alibaba und JD.com, die waren ja schon Milliardenkonzerne, als Pindodow auf den Markt gekommen ist. Pindodow war klein. Sie haben auch keine neue Technologie gehabt. Sie haben viel weniger Geld gehabt, aber sie waren eben billig. Und sie haben auf ihrer Plattform jetzt auch nicht alle möglichen Händler gehabt und Shops und so weiter, sondern sie sind dann eben immer direkt zu den Produzenten gegangen. Die haben es denen auch einfach gemacht, dass die da direkt verkaufen können. Und anscheinend ist es auch heute noch so, dass die Teams bei Pindodow, dass die miteinander konkurrieren, wer die Anbieter herholt mit den niedrigsten Preisen. Und davon hängt dann zum Teil auch das Gehalt ab bei denen. Es hat sich gelohnt. Das sind die Anteile am Warenumsatz im chinesischen E-Commerce-Markt. Die Grafik ist von Nikkei und die Daten für 2023, die sind auch noch geschätzt. Aber der Marktanteil von Alibaba ist offensichtlich weiter geschrumpft. Der von JD.com ist auch geschrumpft. Aber bei Pindodow ist er weiter gewachsen und liegt jetzt bei über 20 Prozent, sehr wahrscheinlich. Und die Zahlen von Pindodow, die sind für die anderen Anbieter auch eine Ohrfeige. Im dritten Quartal zum Beispiel wieder ein Umsatzwachstum von 94 Prozent. Natürlich auch durch diese Auslandsexpansion. Aber auch ein Gewinnwachstum von 47 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Man denkt ja immer, wer derart aggressiv expandiert, der verdient bestimmt kein Geld. Aber sie verdienen viel Geld und das gefällt den Anlegern auch. Der Börsenwert liegt jetzt bei 187 Milliarden Dollar und ist damit jetzt auch höher als der von Alibaba. Die sind bei 175 Milliarden Dollar. Hier sieht man den langen Absturz der Alibaba-Aktie und wie Pindodow sich da von unten langsam rangräbt und sie dann jetzt eben überholt hat. Und unten dann noch JD.com auch nur noch unter ferner liefen. Und da denkt man sich natürlich, eine Aktie mit so einem Wachstum und mit so einem Momentum, das ist doch jetzt interessant. Alibaba hat ein KGV zurzeit von 9,6. JD.com von 10,5. Die sind also eher bewertet wie Stahlaktien inzwischen als wie Technologieaktien. Aber Pindodow, die haben ein KGV von 32 für letztes Jahr und von 25 für dieses Jahr. Die sollten jetzt also möglichst gut weiter wachsen, damit das auch gerechtfertigt ist. Ich gehe davon aus, dass sie das auch schaffen, weil diese Auslandsexpansion, die ist ja gerade erst losgegangen. Die Frage ist nur, wie weit treiben die das? Weil diese Expansion, die ist schon teuer. In China verdienen sie Geld, im Ausland verdienen sie kein Geld. Uns geht da die Zahl darum, dass sie pro Lieferung ins Ausland zurzeit 30 Dollar draufzahlen würden sogar. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber klar, sie sitzen hier, sie kaufen sich zwei Kugelschreiber, versandkostenfrei für 1,18 Euro. Dann merken sie, die schießen gar nicht und schicken sie auf Kosten von Temu wieder zurück. Und sowas geht natürlich ins Geld und dann ja noch die ganze viele Internetwerbung. Pindu-Do weist das Auslandsgeschäft leider nicht extra aus. Es ist aber wahrscheinlich schon ein teurer Spaß im Moment. Nur, je größer das Ganze wird, desto effizienter wird es wahrscheinlich irgendwann auch. Zurzeit wird jede Lieferung noch extra einzeln nach Deutschland geschickt. Das kann sich nicht rechnen. Aber irgendwann werden sie dann eben auch Lagerhäuser hier haben und werden die Artikel, die oft bestellt werden, die werden sie dann auch containerweise rüberschicken, so wie das die anderen ja auch machen inzwischen. Und dann wird es sehr wahrscheinlich effizienter und im Idealfall dann irgendwann auch mal profitabel. Es ist also schon beim Umsatz und beim Gewinn noch einiges an Luft nach oben. Und die Analysten, die sind sowieso im Temu-Fieber. Fast jeder hat die Aktie auf Kaufen zurzeit. Der Kurs gestern war bei 144 Dollar. Die Citigroup sitzt aber bei 173 Dollar. McQuarrie bei 190 Dollar. Goldman Sachs bei 195 Dollar. Und ich denke auch, so wie das Wachstum ist zurzeit und so wie die Stimmung auch ist zurzeit, dass man da mit der Aktie jetzt schon noch ein paar Dollar verdienen kann. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch. Die ganz andere Frage ist, ist es auch langfristig jetzt spannend? Ist das eine Aktie, die jetzt noch jahrelang weiter hoch rennt, weil Pindodo ja jetzt vielleicht aufsteigt zu so einem globalen E-Commerce-Riesen? Zu sowas wie Amazon vielleicht? Bis jetzt sieht man das noch nicht so an der Börse. Der Börsenwert von Amazon ist noch fast neunmal höher als der von Pindodo. Aber Amazon hat zum Beispiel in den USA jetzt Gebühren für Händler schon runtergesetzt. Für Kleidung, die weniger kostet als 15 Dollar. Und zwar deutlich von 17% auf nur noch 5%. Sehr wahrscheinlich wegen Timo. Jeff Bezos von Amazon, der hat ja mal gesagt, your margin is my opportunity. Deine Marge ist meine Chance. Die Marge, die nehme ich dir jetzt weg. Und jetzt kommt aber ein anderer, der mit seinen Preisen Amazon die Marge wegnehmen kann. Und so wie wir heute sagen, wir müssen die Kaufhäuser vor Amazon retten, so sagen wir ja vielleicht in 10 Jahren. Wir müssen Amazon retten, unseren großen Traditions-Internet-Konzern, der hier schon so viel aufgebaut hat und der so viele Jobs geschaffen hat. Den müssen wir jetzt retten vor den Chinesen. Das ist aber natürlich Zukunftsmusik. Pindow Doe ist schlagkräftig. Sie sind stark, sie sind günstig. Aber ich würde schon zu Bedenken geben, das Geschäftsmodell ist grundsätzlich kopierbar. Wir haben ja auch Shane aus Singapur, die mit fast dem gleichen Geschäftsmodell, die wollen jetzt auch an die Börse gehen. Dann Light in the Box auch aus Singapur. Wir haben Alibaba und JD, die gehen jetzt auch brutal in den Preiskampf in China. Die machen jetzt auch stark auf billig. Und Amazon wird sich da jetzt auch nicht einfach so die Butter vom Brot nehmen lassen. Und darum kann es eben durchaus sein, dass Pindow Doe in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr so großartig wächst und auch nicht mehr so einzigartig ist. Kurzfristig also eine ziemlich gute Aktie. Mittelfristig natürlich schon auch nach wie vor interessant. Aber das muss man dann eben genau beobachten die nächsten Jahre, ob es dann auch wirklich so läuft, wie man sich das so vorstellt. Es gibt ja Leute, die sagen, Temu kann man gar nicht schlagen. Die schaffen es einfach, dass sie die Leute da reinziehen in die App, zum Beispiel mit der sogenannten Gamification, dass die Leute eben auch darum auf der App bleiben, weil sie da auch ständig unterhalten werden. Zum Beispiel gibt es da so ein Fischspiel. Man fängt dann da den Fisch und dafür gibt es dann wieder Rabatte und damit kauft man dann wieder ein und so weiter und so fort. Und beim ZDF hat es eine Reportage gegeben, da wird dem Redakteur dann sogar sein Gehirn verkabelt und dann geht er in die Temu-App. Und es kommt mehr oder weniger so raus, dass da dann so richtig eine Gehirnwäsche stattfinden würde. Das finde ich schon krass, sagt der Redakteur, dass hier mein kritisches Denken quasi blockiert wird. Aber naja, Gott, also ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen und die Wahrheit ist ja wahrscheinlich doch leider eher die, dass wir alle einfach schon ein bisschen konsumverblödet sind, dass wir uns allem verweigern können, jeder Erkenntnis, jeder Einsicht, jeder Pflicht, aber nicht einem Satz Gartensolar leuchten für 4,97. Und da geht es auch nicht nur um die junge Generation, die muss natürlich eher noch sparen und die ist natürlich auch ein bisschen Smartphone-verseucht, aber ganz im Gegenteil, weil zumindest in den USA ist es so, dass die Generation X, wie Bloomberg das schreibt, also meine Generation, und auch die Boomer, also die, die noch ein bisschen älter sind, dass die auf Temu sogar noch mehr Geld ausgeben als die Jungen. Wenn man also ein Kulturpessimist ist, dann ist das auf jeden Fall eine Traumaktie. Traumaktie. Warum bespreche ich sie erst jetzt, wo sie doch schon so gut gelaufen ist? Ich habe die Aktie zum Kauf empfohlen, am 7. September 2022 zu 66,60 Dollar. Ist gleich ein Kursgewinn von 170 Prozent, aber man hat zwischenzeitlich noch mal einen harten Abschlag durchstehen müssen und man hätte auch eineinhalb Jahre lang einfach auch die ganze China-Panik dann auch noch durchstehen müssen. Und außerdem, es war eine Kaufempfehlung von mir im Zukunftsmärkte Insider, das ist unser Premium-Dienst und da ist dann aber leider nichts mehr mit billig und den gibt es auch noch nicht bei Temu. Aber vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere doch dafür. Wenn nicht, Sie können hier immer noch, wie gesagt, den Kanal abonnieren. Das ist völlig gratis für Sie. Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, Sie müssen vorher noch diesen Fisch hier fangen. Aber auch das macht ganz bestimmt ganz viel Spaß. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.